Musik Nachdem Sie die neue Music Navigator App aus dem Apple App Store für iPad oder iPhone heruntergeladen haben, führt die App eine Suche nach verfügbaren T&A Geräten in Ihrem Netzwerk durch. Hier wird ein R1000E gefunden. Eindruck auf dem Pfeil nach rechts bringt Sie zur Einrichtung der Quellen. Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre am häufigsten genutzten Quellen auszuwählen. Die Quellen, die in Helmweiß angezeigt werden, sind bereits als Favoriten vorgewählt. Mit einem Druck auf eine Quelle wird diese ausgegraut und findet sich später unter weitere Quellen auf Ihrem Homescreen wieder. Durch einen weiteren Druck auf eine ausgegraute Quelle kann diese wieder zu Ihren Favoriten hinzugefügt werden. Die Auswahl Ihrer favorisierten Quellen können Sie natürlich auch nachträglich jederzeit ändern. Eindruck auf den Haken führt Sie zum Homescreen des T&A Music Navigators. Der Homescreen zeigt Ihnen nun Ihre soeben ausgewählten Lieblingsquellen. Die weiteren Quellen finden Sie weiter unten mit dem Druck auf den Pfeil. Ihre Lieblingsquellen lassen sich auch auf dem Homescreen nach Ihren Vorlieben sortieren. Halten Sie ein Quelle-Icon länger gedrückt, löst es sich vom Homescreen und Sie können es an beliebiger Stelle positionieren. Der Homescreen Untertitelung des ZDF, 2020